Musik Kennen Sie Herrn Bernothat, meine Damen und Herren? Dieser nette Herr Bernothat, ein Mensch, der vor einigen Wochen öffentlich erklärt hat, Strom sei in Deutschland zu billig. Dieser Herr Bernothat, der wird Ihnen bald sehr bekannt vorkommen. Sie werden sich gar nicht dagegen wehren können, weil dieser Herr Bernothat kündigt jetzt das Gegenteil von dem an, was er öffentlich behauptet hat. Jetzt wird Strom teurer. Und wer steckt dahinter? Dieser Herr Bernothat. Er ist nämlich der Vorstandsvorsitzende von E.ON, dem größten deutschen Stromproduzenten und einem der größten Stromkonzerne Europas. Dieser Stromkonzern ist der festen Überzeugung, dass er sich bereichern müsste an Ihnen, meine Damen und Herren, indem er Ihnen ins Portemonnaie greift. Dieser Herr Bernothat ist derjenige, der dafür sorgt, dass das Stromnetz in Deutschland nicht unter öffentliche Kontrolle gestellt wird. Und diesem Herrn Bernothat sage ich auch ganz öffentlich, wir werden als Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag darum kämpfen, dass das Stromnetz und das Gasnetz in Deutschland in öffentliche Hand, in öffentliche Kontrolle kommt. Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht einfach nur die Erhöhungsschreiben zustellen, sondern versuchen Sie auf Ihre Art dagegen sich zur Wehr zu setzen. Sie hätten eine Alternative, nämlich Sie könnten jetzt bei einem anderen Anbieter den Stromkonzern wechseln oder den Stromanbieter wechseln. Sie könnten zum Beispiel zu eWie einfach gehen. eWie einfach behauptet jetzt für 1 Cent unter allen anderen Marktanbietern Ihnen Strom anbieten zu wollen. Aber ich verrate Ihnen auch, es ist der gleiche Konzern. Es ist E.ON, nur in einem anderen getarnten Namen. Und deswegen sagen wir Herrn Bernothat, senken Sie gleich den Strompreis. Warum wollen Sie die Verbraucher auf den Arm nehmen? Warum wollen Sie die Verbraucher etwas vorgaukeln, dass Marktwirtschaft herrschen würde, wo keine herrscht? Meine Damen und Herren, wir, die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, kämpfen gemeinsam mit Ihnen gegen diese Form der Monopolwirtschaft. Und wir sagen ganz klar, der Briefkasten, Ihr Briefkasten zu Hause, darf nicht zum Ort eines Überfalls werden, indem Sie, ohne sich wehren zu können, einfach eine Erhöhung übergeholfen bekommen, gegen die Sie angeblich machtlos sind. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass Verbraucher eine Macht bekommen. Wir wollen Ihnen helfen. Stromkonzerne müssen entmonopolisiert werden. Stromnetze und Gasnetze gehören in die öffentliche Hand. Wir fordern Marktwirtschaft für die Verbraucher, sodass der Strompreis und der Gaspreis in Deutschland auf das Mittelmaß europäischer Normalität sinkt. Strom darf nicht zum Luxusgut werden. Vielen Dank.